Und wieder eine Cutscene. Hm, was ist denn da drüben los? Was, so ein Geier? Ja, apropos Geier. Da hat es einer aber verdammt eilig. Okay, der Geier und der Schocker. Deswegen nennt man ihn den Schocker. Okay, herzlich willkommen zu Folge 5 von Spider-Man. Der Geier war der Geier. Und wie gesagt, der andere war der Schocker. Zwei Gegner, gegen die wir auch antreten müssen in diesem Spiel. Allerdings kommen die im eigentlichen Film nicht vor. Keine Panik, Jungs. War nur ne Frage der Zeit, bis Spider-Man auftaucht. Schaltet die Wachleute aus und nimmt ein paar Geiseln. Wir haben hier ein Problem. Wir brauchen Unterstützung. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Wer immer dieser Typ sein mag, er ist leicht zu verfolgen. Ja, das mag sein. Oh ja, beschützt die Wache. Super. Na komm her. Was hört ihr auf, die Wache zu verprügeln? Wollen wir tanzen? Ich mach dich platt. Ich bin einfach gut. Noch mehr? Ja. Bäm. Und Bäm. Der läuft aber auch immer weg, ey. Ach, das war's schon. Cool. Au. Au. Wow. Okay, ich glaube, wir sollten da mal einschreiten. Das gefällt mir gar nicht, wie die mit den Leuten umgehen. Okay, das war blöd. Das gebe ich zu. Wow. Ey, Spider-Man. Deine Steuerung ist echt furchtbar. Aber kein Problem, das kriegen wir alles hin. Energie für uns. Und wir sind natürlich in die falsche Seite rein. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Der Typ hier, der ist schon... ...gut mitgenommen. Deswegen... Gehen wir hier mal als erstes rein. So, das warst einmal du. Na, doch, ich denke schon. Ich bin zumindest besser wie du. Ach, nee. Jetzt wird da schon wieder einer verprügelt. Dass die sich aber auch nicht wehren können. Oh, nicht an die Lampe hängen. Na, kommt her. Hahaha. Bam, zack. Hohoho. Okay, das haben wir schon mal sehr gut abgeschlossen. Das ist der Schocker. Kissen Karl. Ich bin der Schocker. Ich würde ja sagen, vergiss das nicht. Aber du bist eh nicht mehr lange unterwegs. Alex, sag schön auf Wiedersehen zu allen. Der könnte seine Drohung wahr machen. Wow. Okay, von dem sollten wir uns nicht treffen lassen. Oh, hat sie getan, ey. Mist. Mist. Was hast du gemacht? Ja, ja. Wem sagst du das? Der Depp telefoniert. Hilfe! Was ist denn hier los? Ein bisschen mehr Vorsicht wäre angebracht. So, Nummer eins. Ach, das war's schon. Der telefoniert einfach. Hier werden voll Geisel fast genommen und Leute verprügeln. Und der telefoniert? Hahaha. Wieder auf die Fresse, Alter. Bam. Aha. Aha. Okay, da durch. Da durch. Und dann da rein. Und dann nach links. Okay. Das kriegen wir hin. Hoffe ich. Ähm. Na, das Problem ist, wir kommen da aber nicht rein. Das ist schlecht. Ich glaube, wir müssen hier unten lang. Kann das sein? Nee. Wir folgen einfach mal dem Kompass. Das wäre das Einfachste. Das wäre wahrscheinlich wirklich das Einfachste. Ach, dadurch. Ich bin immer auf der falschen Seite. Mann, 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 Mann. Und hier sind keine Gegner. Doch, da ist einer. Okay, jetzt nicht mehr. Darf ich kurz stören? Ja, hier stören wir mal kurz. Bam. Hahaha. Hallo. Kämpft mit mir. Wobei, die wären eigentlich nicht schlecht so in den anderen Leveln auch. Die greifen mir immer die Wachen an und dann greifen die nicht mich an. Das gefällt mir. So. Ach Gott, die sind ja noch gar nicht fertig. Haben wir jetzt alle? Ja. Sieht zumindest so aus. Ja, natürlich. Ja, das sagen sie alle. Los, Jungs. Alles raus hier. Was legt ihr euch auch mit Spider-Man an, Mann? Ich bin Spider-Man! Keiner kann mir was. Ah, okay. Okay. Das war Folge 5. Wir sehen uns bei Folge 6. Ciao, ciao. Ja. Wir müssen jetzt runter.